Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vorgang, Demolish LKV217. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, wir machen jetzt hier weiter. Diesen Auftrag haben wir, glaube ich, schon geschafft, oder? Genau, das haben wir das letzte Mal gemacht. Und jetzt machen wir den nächsten Auftrag. Und der wäre dann hier. Der. Dort lassen wir uns gerade hintransportieren, dass es auch ein bisschen schneller geht. Ja, und, genau, machen wir den einfach mal. Dann machen wir den Skidloader mit dem Checker mal. So. Skidloader, hier. Ach, das geht ja nicht. Och, Mann. Aber was sollen wir denn hier machen? Hm. Ich weiß, dass es nicht geht, weil ich so drückend fahren bin, aber... ... finde keine Lösung. So. Was bei den Tutorials. ... Und sonst würde ich sehen, dass gmbh hier bleiben müssen. Ich sag nichts mehr, ich sag einfach nichts mehr, ähm, äh, naja, das ist so etwas dämlich. Die müssen aber auch genau davor stehen. Das Problem ist, ist es, da kostet uns 100 Euro, besser gesagt 100 Frauen, 100 Euro, wenn ich das in Deutschland sitze, ja, 100 Euro sind es, glaube ich, nein, US-Dollar. So, US-Dollar sind es, genau, nochmal gezahlt, schön ein 3 Euro. Ich sag mal, es hat sich gelohnt. Du musst auch immer die gleichen Arbeiten. So. So. Ach, das ist weg. So. Gut, ich meine, wir machen ja gerade wieder Geld. Alles Gute daran ist nichts mehr. Ule, Mist, du kommst da nie, nirgends ran. Okay. So. Okay. Du, jetzt kommt noch so ein Teil in den Weg. Okay. Okay. Äh, stopp, das ist ja fertig hier. So. Ich grabe nochmal. Erlägtlich schnell. Das Gute ist, jetzt können wir hier einfach nie hier gezahnschlagen oder falsch machen. Kommt noch schlecht dran. So. Jetzt sind wir bei 14.000, okay, 20.000 brauchen wir. Wir kommen näher ans Ziel. Es sind aber einfach immer nur die Kleinen. Ups. Also Bulldozer und diese 11. Okay, machen wir, machen wir. Vorne um der Ecke muss ich hier. Bulldozer. Okay. 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 23 irgendwie. Ja. 23. Die drei noch hier. Das sind die geilen Aufträge. Okay. Das haben wir geschafft. Jetzt müssen wir die hier raus holen. Okay. Okay. Dann hier. Das haben wir auch gemacht. Gut. Fertig. Geschafft. Okay. Okay. Ja. Das hat jetzt gar nicht Pflege gegeben. Nächster Auftrag. Ach. Schon wieder das gleiche. Warum auch immer immer die gleichen. So. So. Jetzt müssen wir dort hinfahren. Wenigstens an meinem neuen Ort. Wenigstens das. Was. So. So. Ja. Jetzt haben wir noch einen leeren Tank. Okay. Jetzt stoppen. Juppau. Das brach doch mega schnell hier. Okay. Hier fangen wir ein Windenseil hin, jetzt bin ich falsch gefahren. Shit, kann man hier eigentlich auch durch? Nein. Natürlich gibt es hier wieder keinen anderen Weg. Weg, so. Ich kriege eine Krise. Warum leitet der mich hier durch? Wir kommen hier gar nicht durch. So. So. Jetzt spinnt das Navi komplett. Aber hier hinten ist es. Okay. Und den Auftrag machen wir jetzt hier noch. Und dann ist es wohl auch schon wieder fertig. So. 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 Jetzt. Gut. Das ist doch trotzdem was anderes. Das ist kein Haus. Nur weil vorher so ein Haus drin war. So. 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 Okay, das haben wir gemacht, so. So, was darf man hier rein, ey? Okay, jetzt geht's schnell voran. Okay. So, was darf man hier? So, was darf man hier? So, wir sind gleich fertig. Komm, wir sind gleich fertig. Yes. Fertig. Huh. Und? 17. Okay, bald. Das nächste Mal werden wir es schaffen. Aber ich würde mich nicht mehr verabschieden, wenn es so gefallen hat. Dann lassen wir einen Daumen nach oben da. Schreiben wir es, kommt da. Aber bis bald. Tschüss.